Das heißt, hier ist jetzt der Schnellreisepunkt freigeschaltet. Lass uns mal, ich versuch's nochmal, uns erwischen zu lassen. Hi! Oh, Scheiße! Die ist ja gar nicht umgefallen! Oh, no! Oh, ich muss einfach mal Sneaky Peaky machen! Hilfe! Ich sterbe! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Also hier ist ja schon wieder was los, du! Kommen die denn alle her? Das wird auf jeden Fall den Ruf jetzt nicht verbessern, glaube ich. Scheiße! Der ist zu weit weg, ich brauch' ne bessere Waffe, ich brauch' ne viel bessere Waffe. Hallöchen Little Hope, moin! Okay, ich hab's ja alle umgebracht jetzt. Was ist denn das hier? Kriminelle Handlung, ja, das hab' ich mir gedacht. Aber die haben angefangen, die haben zuerst auf mich geschossen, ich wollt's nur nochmal. Ich wollt's nur nochmal sagen. Okay. Hm, 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 hm. Wie kommen wir an den ran hier, an den kleinen? Äh, so auf jeden Fall nicht. Ich will da jetzt rein, natürlich auch, ne? Wahrscheinlich gibt's da auch irgendwie hintenrum was. Kalinka, danke für den Follow! Und Kühlrad! Scheiße, ich komm' da nicht hoch! Ich komm' hier nicht hoch! Ach, 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 kannst du doch keinem erzählen, Mensch! Das müssen wir überprüfen! Guten Morgen, ihr lieben Lars Moan! Vielen, vielen Dank für den Sub und Dankeschön für das Follow, ihr beiden! Ach, ihr seid ja zuckersüß! Tja, jetzt hab' ich hier natürlich wieder hier die maximale Katastrophe! Ich brauch' ne Ablenkung nix! Ganz ruhig! Boah, Pizzakuchen, Alter! Ey, wir haben auf jeden Fall denselben Lebensmittelgeschmack. Ich liebe Pizza! Kuchen jetzt nicht so, aber Pizza ist geil! Du bist nicht befugt! Siehst mich doch gar nicht! Geh' doch weiter, Mensch! Ich glaub' vielleicht müssen wir uns hier durchkämpfen. Alter, es sind halt so viele, guck mal, da stehen so viele Dudes rum. Aber ich will da rein einfach! Ey, wir werden uns einfach durchballern. Ich werf' mal hier so ne Granate dahin. So. Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Ist das voll hier, du! Hat der ne Alarmanlage da? Ich glaub' nicht, oder? Ja, betäuben machen wir nicht! Und eigentlich wollte ich das Gewehr ziehen. Wo ist das denn? Oh, Shit! Autschi! Wir gehen außenrum! Ich hab' mir überlegt, wir suchen uns einen anderen Eingang. Das ist ja... Also, das war jetzt nicht so die allerbeste Position tatsächlich. Aber ist ja kein Problem. So, wir werden noch einmal ein bisschen rumdüsen hier mit unserem Gleiter. Bringt ja nix. Es bringt ja so nix. Oh, war in die falsche Richtung. Oh, Scheiße! Wo kommen die denn jetzt? Oh, mein! Was ist denn hier los mit diesem Spiel, Leute? Tja! Also, sie scheinen hier allgemein nicht so den besten Ruf zu haben, glaub' ich. Wo ist er denn? Hier. Alles gut, alles gut. Digga, was ist denn hier? Warum... Also, dieser Gleiter ist aber auch wirklich mies zu steuern. Manchmal. So. Brauchst du eine Waffe auf jeden Fall mal. Gut, damit sollte es gehen. Ich versuche es einfach. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Vielleicht ein bisschen aus der Distanz ist gar nicht so schlecht. Ich hole mal ein bisschen Deckung hier. Na, komm mal her. Gut, da vorne scheint auch irgendwer zu sein. Sind die schon tote alle? Da ist er. Alles gut. Okay, okay. Da püscht sich doch irgendwer an da vorne. Also, ich muss sagen... Die Waffe gegen Schilder ist schon wirklich nice, ne? Also, das ist ja nicht schlecht. Hab' ich abgegradet. Dass man die Schilder so kaputt machen kann. Das ist ja schon wirklich sexy, Leute. Scheiße, Hilfe, er kommt. Oh no! Heil dich. Ich hab' gar keine Heilung mehr. Oh no! Scheißendreck. Wo sind die denn? Okay, den haben wir. Da ist wieder die Waffe. Die nehmen wir mal mit, schön. Aber sehr gut. Alles gut gegangen. Es ist alles gut gegangen. Junge, wie ein richtiger Star Wars Fight, du. Okay, okay. Soll ich nochmal healen? Nee, ich laufe. Sei schön ruhig, sei schön ruhig. Uns hat, glaube ich, noch niemand gesehen hier. Moin, Meister. Ich liebe Pizza, Leute. Ich könnte auch den ganzen Tag wirklich Pizza essen. Was ist dein Lieblingsgericht? Schreib es gerne rein. Also meine Top 3 Pizza. Dann kommt Smashed Burger. Und dann kommt ein Rinderfilet. Oh, da steht ein Dude, Leute. Also so ungefähr. Ah, alles voll. Okay, okay. Komm mal her. Ich brauche hier den Schrott, Leute. Paprikaschoten? Was? Okay, ja gut. Wenn man Veganer ist, warum eigentlich nicht, Kramfeule? Sushi. Ja, Sushi mag ich auch. Aber ich habe mich schon mal so krass mit Sushi überfressen. Wegen Plushy. Auf der Gamescom 2023. Alter. Wir waren bei All You Can Eat. Junge. Wir sahen selber hinterher aus wie richtig große Nigeris, Leute. Es ist unfassbar. Okay, pass auf. Ich lege mal um den Hebel. Achso, okay. Alles klar. Der muss gedrückt gehalten werden. Also, ich nehme erst mal die Waffe mit. So. Die ist auch bald leer. Das Problem ist halt, du hast ja die Waffe nicht dauerhaft, sondern, also die Gewehre, sondern die schießen sich irgendwann leer. Wir sind aber, wir kommen dem Ganzen schon näher. Ratreich. Butterchicken. Butterchicken ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich würde den Smashburger und die Pizza auf jeden Fall weiter oben haben wollen. Tja, jetzt haben wir hier natürlich tausend Leute, ne? Vor allem oben auf dem Pudding drauf oder was? Was ist das denn? Haben wir hier einen Fahrstuhl vielleicht? Scheint nicht so einfach zu sein, hier an diese Karten zu kommen. Ey, ganz ehrlich, ich weiß ja, wie es ist. Ich kenne ja mein Glück. Wahrscheinlich sind wir komplett falsch. Aber naja. Guck mal, wie viele das sind. Das ist, äh, hart. Weil der Marker ist oben. Wir brauchen irgendwie einen Turbolift oder so. Ei, ei, ei. Wir können ja zumindest mal die versuchen, nach vorne platt zu machen. Ansonsten mit der Brechstange, ne? Was willst du machen? Wir haben ja noch eine Granate. Oder zwei. Die bewegen sich halt auch kein Meter. Was ist das denn eigentlich? Aktivieren. Mach mal. Oha, was haben wir denn da? Für Knöpfel. Vielen, vielen Dank, ähm, Poldi. On Tour. Grüß dich. Herzlich willkommen. Moin. Tja, jetzt bewegt sich da was. Das ist ja ganz toll. Aber wohin bewegt es sich denn? Oh. Ist natürlich cool, um da rüber zu kommen. Aber schlecht, dass es jetzt weg ist. Ich hol's mal wieder zurück. Wir holen's mal wieder zurück. Ich liebe Star Wars. Ey, ich auch. Ich hab Krug auf dem Arm. Oh mein Gott, er ist so nieklig. Okay, okay, okay. Pizan, äh, Neapolitaner oder römisch? Ne, äh, Neapolitanisch natürlich. Ja, was sagst du denn? So, komm her jetzt hier. Komm, geh mal ein bisschen runter. Wir müssen da jetzt irgendwie, irgendwie müssen wir da jetzt drauf springen. Scheiße, das ist natürlich echt hoch, ne? Komm ich da von hier aus drauf? Komm ich überhaupt drauf? Okay, okay, wir kommen auf jeden Fall drauf. Scheiße, ich kann ja den Knopf gar nicht drücken. Wie komm ich denn hier wieder runter? Oh no! Oh, scheiße. Okay, also der Plan steht, Leute. Wir werden... Was ist denn das? Mach mal auf. Ich kletter mal aber hoch hier. Besser ist es. Ja, das wäre der Hintereingang gewesen wahrscheinlich, ne? Kacke. Okay, okay, pass auf. Ich drück das einmal. Und sieht schon keiner. Ey, drück die Daumen, dass das gut geht jetzt, Leute. Ähm, nö, ist das dann das Geheimnis von Smashed Burger? In der Anleitung stand einfach, die Bürger an der Pfanne plattrücken. Ja, so einfach ist es nicht, aber... Alter, ich fall doch jetzt hier runter, Digga. Oh, ja, so geht's natürlich. Aufwärts, bitte. So, okay, okay. Nein! Hoch war schon richtig. Runter. Okay, zumindest... Alter, ein Grobtuch haben wir bekommen. Was ist das denn hier schönes? Werkstatt des Syndicasts? Eine Trophäe, neue Gleitertrophäe. Ein Peikhelm habe ich bekommen. Oh! Aber deswegen sind wir eigentlich gar nicht hier, Leute. Gefälschte ID-Chips, ist okay. Ich habe die Zugangskarte zum Tresor. Oh mein Gott, scheiß die Wand an. Hast du das gesehen? Hast du, ich habe sie gefunden. Okay, wir müssen hier wieder raus. Machen das genauso wie eben. Nur wieder zurück. Ah, natürlich geht jetzt das Ding nicht. Tja, wie kommen wir jetzt hier raus? Das habe ich natürlich jetzt nicht bedacht, als ich hierher gefahren bin. Wenn du den aufsetzt, wirst du vielleicht nicht entdeckt. Meinst du? Das wäre natürlich krass. Ja, weiß ich nicht, ob ich das ausrüsten kann, tatsächlich. Material im Wertgegenstände? Nee. Kann ich nicht. Habe ich nicht. Geht nicht. Hey, Couchy. Hey, Couchy, ich weiß noch, wie es war. Letztes Jahr Gamescom. Ich war ja dieses Jahr nicht dabei. Du warst ja wieder fleißig. Oh. Cooler Move. Auch wenn ich nichts gesehen habe. Und die jetzt irgendwo reingebacken. Oh no. Oh no. Ich bin im... Ich bin im Metall. Ich benutze das Brett immer noch. Es ist mein absolutes Lieblingsbrett. Hilfe! Ja, jetzt kommen die natürlich alle hier, ne? Oh mein Gott. Ja, ich habe die Key übrigens von Ubisoft erhalten. Ich wollte es nur noch mal kurz betonen. Was soll ich ja immer sagen? Scheißen Dreck. Ich kann nur hoffen, dass sie mich jetzt umbringen. Vielleicht kann ich mich selbst in die Luft sprengen mit einer Granate. Aber wahrscheinlich komme ich hier nie wieder raus. Ja, wir sind wirklich festgenagelt. Wir sind komplett festgenagelt. Im Blech drin. Junge. Triff doch mal ein bisschen Mensch. Ja, komm, hau zu. Hau zu. Komm ran. Katastrophe, Leute. Kann man sich nicht irgendwie wegrollen oder sowas? Eieieiei. An alle, die an elektrischen Anfällen ab und zu leiden, bitte weggucken. Leg mich endlich um. Hier, du, das gibt es doch nicht. Ich mache nochmal Kanaten hin. Warum fülle ich jetzt meine Lebensenergie wieder auf? Tja. Was willst du machen? Spiel laden. Scheißen Dreck, Alter. Boah, hat der automatisch gespeichert? Es geht los. Was passiert hier? Ja, ich habe mir gedacht, ich werde ein Hybridwesen aus Wand. Ein Hybridwesen aus Wand und mir selbst. Okay, da sind wir wieder. Zumindest der Weg ist jetzt bekannt. Ist das Game über Steam zu erwerben? Nee, das gibt es nur bei Origin. Mach mal Ausrufezeichen Spiel, Poldi. Da gibt es auf jeden Fall günstiger. Ich habe dir da den eigennützigen Instagram-Affiliate-Link reingeballert. Das heißt, Instagram-Link reingeballert. Das heißt, wenn du darüber kaufst, hast du es günstiger. Ist ein Key für Origin. Und ich bekomme auch noch eine Mark. Bisher noch nie mal gekauft über den Link. Ich bin sehr traurig. Aber theoretisch, wer mich unterstützen möchte, kann das gerne tun. Pass auf, wir machen das wie vorhin. Einmal hier aktivieren. Ranspringen. Alles ganz entspannt. Okay, komm, komm. Ich bin unsichtbar. Wie ein Lurch. Oh, scheiße. Die sehen mich aber da. Gottes Willen. Gottes Willen. Mit Teil Larsi ganz genau. Genau so. Hallo Jen. Grüß dich. Hallo Nirel. Habe ich irgendwen vergessen zu begrüßen? Herzlich Willen. Herzlich Willen, alle. So. Jetzt haben wir hier alles eingesammelt, was wir brauchen. Jetzt müssen wir hier wieder rauskommen. Okay. Wie weiß ich noch nicht. Wir können hier natürlich runterspringen und ihn angreifen mit V. Ich glaube aber, das ist keine gute Idee. Okay, das habe ich schon mal gemacht irgendwann. Ach du Scheiße. Ablenken. Okay, alles gut soweit. Wir müssen nur rauskommen noch. Alles gut. Alles ist gut. Loot. Noch mehr Loot. Tut mir leid. Ich muss hier nochmal ganz kurz. So. Da ist ja noch mehr Loot, Leute. Wo sehnt sich immer jemand nach der Prügelei? Mhm. Okay, okay. So weit, so gut. Es gibt Epic Loot. Nice. Haben wir geschafft. Das haben wir ja schon mal geschafft. Ist ja super. Perfekt. Gleiter. Geht nicht. Gut. Das ist natürlich jetzt doof. Äh. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie runterkommen. Und. Wir müssen natürlich jetzt noch eine Karte holen. Das war die erste von. Also die zweite von dreien. Ähm. Die letzte Karte befindet sich. Hier. Und den Ort habe ich jetzt auch mal markiert. Das muss man hier nur noch irgendwie lebendig runterkommen. Ei, 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 ei. Oh. Was war das denn für ein Symbol? Oh. Fast gestorben. Aber wir haben es geschafft. Alles ist gut. Gleiter. Gleiter kann ich hier immer noch nicht rufen. Ach so, hier. Na, Gott sei Dank. So ist nichts wie weg hier, Leute. Angriff. Hätte man die noch runterschubsen können? Ich glaube nicht. Weiß. Oh, scheiße. Die haben mich gesehen, Leute. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass... Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Oh, boy. Also, ich liebe diesen Gleiter. Guck mal, wie edel der hier. Wo sich hingeleitet. Geil. Er sieht aus wie bei der neuen Staffel von Seven vs. Wild. Ne, ich helfe dir jetzt nicht. Ich habe dafür keine Zeit. Ich muss Tresor ausrauben. Sorry. Hallo, Gizmo. Guten Morgen. Hallöchen. Dafür das Spiel des Seas kommen, werde ich jetzt wohl erst im 1... Man sollte niemals aufs Handy gucken, wenn man Auto fährt. Gilt auch für Gleiter und Chat. Ei, 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 ei. Ja, wenn du so lange warten kannst, ist ja super. Dann kriegst du es in einigen Jahren auf jeden Fall deutlich günstiger. Okay, Leute. Die verlorene Steppe findet die Zivilisten. Hier sind wir. Okay. Dringen wir schon wieder in feindliches Gebiet ein? Ich bin mir nicht sicher. Jeder, helfen. Nein, Angelo. Das musst du dann schon selber machen. Das ist aber Backseat-Gaming, was du machst. Jeder, helfen. Punkt, Punkt, Punkt. Hier scheint es zu sein. Okay. Steig ab. Steig ab. Steig ab. Wir sind da. Wir sind da. Wir sind da, Leute. Okay. Oh, sorry. Habe ich aus Versehen nichts geschlagen? Ich hoffe nicht. Oh. Oh. Oh, schade. Ich dachte, hier ist ein Geheimnis. Geht mir nicht im günstiger, aber wenn ich das Spiel durchspiele, würde ich die DLCs nie anfangen. Hallo, Flops. Moin. Sag mal, musstest du nur in Spielstelle anfangen wegen dem Patch? Welcher Patch? Oh, ich hoffe, da kommt kein Patch. Nö. Ich habe hier, ich habe auch gar nichts geupdatet. Flops, mach mir bloß keine Angst jetzt hier, du. Also nochmal fange ich das nicht an. Also wenn die das kaputt patchen, dann aber auf Wiedersehen, Ubisoft. Dann hast du es verrissen. Tja. Wie machen wir das? Von hinten ran, ne? Die bewachen hier quasi nur die Front. Sollten außen rumlaufen. Ich nehme nochmal meinen Gleiter, Rino. Na los, das geht schneller. Ja, hier ab durchs Gemüsebeet. Super. Okay, okay. Warte, warte, warte. Oh, ich bin drauf. Pass auf. Wir werden das unauffällig umkreisen, das Gebiet. Oh, scheiße, da komme ich auch gar nicht hoch. Wir umkreisen etwas weiter. So. Ich glaube, von hinten ran schleichen ist in dem Fall tatsächlich besser. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Alter, das mit der Maus ist ja aber auch wirklich drastisch und dramatisch. Okay, guck mal, von hier aus sieht es doch schon besser aus. Hier sind jetzt auch noch ein paar Gegner, aber ey, das kriegen wir schon hin. Hatte ich auch gelesen, aber nur Early Access, glaube ich. Was? Also am 30. kommt es raus, also so offiziell. Aber glaube ich nicht. Oh, meine Mama hat heute Geburtstag. Ja, gut, dass ihr mich daran erinnert habt, Leute. Fast den Geburtstag der Frau vergessen, die mich geboren hat. Mensch. Okay. Auf jeden Fall kann es sich sehr gut hier im Graf verstecken. Hm, das ist schon mal gut. Tja. Welchen Weg bevorzugt ihr? Reinschleichen oder alles kaputt schießen? Schreibt es gerne in den Chat rein jetzt. Ei, ei, ei. Ey, Siggi! Na? Mein Lieblingsösterreichischer Kumpel. Wie geht's? Reinschleichen? Aschi sagt, angreifen. Aber wir sind hier schon auf einem ganz guten Weg, Leute. Sehen die mich da hinten, wenn ich denen hier vorne wegmob zunehme? Wir sind aber auch zwei. Scheiße, Leute. Ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwie reinkomme. Ich soll hier irgendwie noch eine Luke geben. Schleichen, kaputt schießen. Ich hab einfach gestartet und weiter geht's. Ja, ja. Aber ich bin halt auch auf der, ähm, also auf der Review-Branch. Also es gibt ja so, ähm, eine Review-Version, die man Ubisoft aktivieren kann. Also, wenn du den Key über Ubisoft bekommen hast. Wie ist es bei dir, Plaschi? Kannst du auch noch spielen, oder? Das ist natürlich jetzt wirklich hart hier, ne? Wie hat er mich jetzt gesehen? Wir brauchen Deckung. Autsch! Hier hat mich ange... Ich bin tot. Also wenn wir das so machen, dann brauchen wir auf jeden Fall mehr Deckung. Und dann müssen wir irgendwie von hinten rangehen. Autschi! Ich hab gar keine Heilung mehr, Mensch. Okay, von hier... Digga! Mit Bazooka willst du mich verarschen, oder was? Oh, boy! Ja, das ist jetzt natürlich hart, ne? Oh, scheißen Dreck! Aber wenn ich die jetzt weglocke, kann ich schnell ins Haus rein und dann... Kann ich ja einfach da die Karte rausholen, oder nicht? Oh, scheiße, Rakete. Ich hab Rakete gehört. Was? Ich hab mir Knöchel gebrochen und bin gestorben. Verdurstet, oder was? Ei, 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 ei. Nächster Versuch. Das ist natürlich knifflig. Es gibt safe ne Möglichkeit, unentdeckt reinzukommen. Ich... Ich kenn sie nur nicht. Oh, sind die jetzt alle weg? Da steht gar keiner mehr rum. Oh, das ist ja nett. Aber das ist ja jetzt aber... Also, ich will mich nicht beschweren, aber... Schon irgendwie ein bisschen buggy, ne? Oder? Okay, lass mal rein. Geh rein. Da kommen doch die Duzen. Verschmelz mit dem Schatten, Nix. War das bei dir auch? Alter, nice. Also, solche Bugs, das mag ich wiederum, ne? Also, wenn das ein Bug ist, also das mag ich schon wieder. Ganz... Also, das ist, muss ich ja sagen, das find ich ja geil. Aber wie kommt man hier sonst rein? Es geht ja nur hier durch die Vordertür. Haben wir alles? Das Tresorkarte ist auf jeden Fall da. Das haben wir alles. Ich scanne nochmal ganz kurz. Hier scheint auch nichts mehr rumzuliegen. Das heißt, wir hauen jetzt ab. Hallo, Nightjack. Grüß dich. Moin. Wir hätten die wahrscheinlich wirklich von Anfang an ablenken müssen. Kann ich denn hier schon porten? Wahrscheinlich nicht, ne? Also, pass auf. Wir machen erstmal ein neues Journal. Palktresorraum. Da müssen wir jetzt nochmal hingehen. Und, äh, das ist jetzt unsere Mission. Und, los geht's. Ja, die sind alle weg. Ich hab, ich hab keine Ahnung. Hallo, Leute! Ist hier noch jemand? Verschwunden! Vielleicht gab's in der Zwischenheit ne Zombie. Inzwischen ne Zombie-Apalypse oder... Nuklearen Fallout oder was weiß ich was. Hier ist ja alles noch. Hier ist ja kein Mensch mehr. Und auch kein Alien. Wo ist denn? Naja. Mittagspause. Das kann natürlich auch sein. So, wo ist denn hier mein Vehikel? Yep. Oh, warte mal. Stopp. Warte mal. Ähm. Manchmal zieht es so ein bisschen rum. Na, ihr Hübschen. Okay, wir müssen nur einmal aus dem Gebiet schnell raus. Und dann können wir Schnellreise machen. Dann sind wir quasi sofort im Tresor. Und können uns da bereichern. Okay. Ich glaube, es müsste schon gehen, ungefähr. Ja. Oh, oh. Nice. In den Tresorraum selbst können wir uns dann leider nicht rein porten. Das heißt, wir müssen uns nochmal da reinschleichen. Ah, wir waren ja schon mal da, ne? Wir waren ja schon mal drin. Aber diesmal wissen wir ja, wie es geht, glaube ich, oder? Wo ist denn der Marker? Ach, da. Ja, okay. Hallo Fortuna. Moin. Boah, ich hätte Bock mit euch mal so richtig schön lange das Ding hier durchzuspielen. Das Problem ist halt, ich bin am Wochenende nicht da. Sonst hätten wir es durchgespielt einfach am Wochenende. Das ist das Problem. Okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal in die Richtung. Weil Geburtstag. Ich werde 40 am Samstag. Meine Mom wird... Ach, ich weiß gar nicht, wie alt die jetzt geworden ist. So Stein, Stein alt. Sieht immer noch aus wie 20. Genauso wie ich. Wir haben beide so diese Babyfaces. Also wenn ich dann mit über, was weiß ich, ich weiß gar nicht wie, ich glaube 56 oder so. Wenn ich dann auch noch so aussehe. Gut. Der Hals wird ein bisschen schrumpelig. Bei so einer Schildkröte. Aber hey! Das Leben zeichnet einen halt auch irgendwann, ne? Da kannst du nicht viel gegen tun. Aber so 55er Lassi mit Schrumpelhals. Ja, warum nicht? Hallöchen Thor! Grüß dich! Hi! Und kommen noch YouTube-Videos von Car Manufacturer. Hallo der Gabel! Moin! Herzlich Willkommen! Das erste Mal hier. Oh Scheiße! Wo kommt der denn her jetzt? Hast du jetzt extra... Bist du jetzt extra früh aufgestanden, um das zu fragen? Also Car Manufacturer werden wir wieder spielen. Aber erst, wenn die 1er-Version rauskommt. Also wir lassen das jetzt wieder ein Jahr liegen. Das mache ich immer so bei Early Access-Titeln. Hätte ich vielleicht auch im YouTube-Video sagen können. Sorry dafür, dass ich dann immer nochmal reinschaue, wenn die finale Version dann eben da ist. Oh Scheiße! Oh no! Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Hallo der Wild! Ey! Dankeschön für den 19. Monat! Vielen, vielen Dank. Danke sehr. Ja, 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 ja. Das ist jetzt natürlich... Komm, den lenken wir wieder ab, oder? Den lenken wir wieder ab. Wo bin ich denn vorhin reingekommen? Da muss ich ja gar nicht durch den ganzen Pudding laufen. Ich bin immer so früh wach. Ich habe es heute mal geschafft reinzuschauen. Ey! Dann herzlich Willkommen. Schön, dass du reinschaust auf jeden Fall. Und ich hoffe, es gefällt dir einigermaßen. Wir spielen natürlich jetzt gerade was ganz anderes als Car Manufacturer. Aber, ähm... Früher oder später schauen wir da auf jeden Fall nochmal rein. Aber wahrscheinlich jetzt nicht die nächsten Monate. Das ist halt ein bisschen... Scheiße, der hat mich gesehen, glaube ich. Das ist halt ein bisschen... 16 Meter. Es ist hier. Wir sind gleich schon wieder da. Weiter, 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 weiter. Alles gut. Wir schleichen einfach dran vorbei. Wir müssen nur in die Gasse da vorne. Ich weiß, dass hier irgendwo noch ein Dud rumsteht. Da ist er. Zwei sogar. Ach du Scheiße. Wir schleichen einfach hinten dran vorbei. Als ob wir hier dazu gehören. Sehr gut, sehr gut. Und dann sollten wir aber vielleicht auch irgendwann mal die Beziehung in so einem Pike-Syndikat wieder verbessern. Weil wenn wir die ganze Zeit jetzt nur, ähm... Ah, hier sind wir schon. Wenn ich die ganze Zeit jetzt nur Akku zu denen bin und die die ganze Zeit beklau... Oh, Tresor! Ist offen, Leute. Was haben wir bekommen? Elucidisches Getriebe, Prozessoren, Leder. Wir haben hier im Tresor... Oha, das wird was Großes. Das sehe ich doch schon an Ihrem Gesichtsausdruck, Mensch. Krass. Warst du da auch schon drin, Plaschi? Ja, ne? Garantiert. Alter, ein neuer Anstrich und ein Sammelgegenstand. Also, pass auf. Ich habe gestern... Im Laden eine neue Tabasco-Sorte entdeckt, die es wahrscheinlich schon ewig gibt. Und zwar Tabasco Habanero. Ja, habe ich mir überall drauf geknallt und, äh... Das hat sich eben gerecht. Ich wollte es nur noch mal ganz kurz sagen. Gut, pass auf jetzt. Wir haben jetzt gelootet. Aber habe ich irgendwas zum Anziehen vielleicht jetzt irgendwie? Nee. Inventar, Materialien, bla 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 bla. Sivanisches Eisen. Aber, Moment, ich muss da ganz kurz eben was gucken. Sekunde. Fähigkeiten. Was brauche ich noch mal dafür? Eisentuch. Ja, Eisentuch weiß ich nicht, wo ich das herkriege. Das habe ich auch nicht. Okay. Wie viel Kohle habe ich jetzt? Wo steht das? 7000? Ja, muss reichen, ne? Okay. Das heißt, wir haben den Save geknackt. Und jetzt können wir weitermachen mit der... mit der normalen Quest. Ihr Schatz auf Torshara. Gerüchte besagen, dass gestuldene Schätze auf Torshara vergraben sind. Der Schatz ist am Fuße einer Gruppe von Bergen westlich. Scheiße, wo soll das denn sein? Westlich der Aberyn-Schlucht vergraben. Wo ist denn hier die Aberyn-Schlucht? Westlich. Das heißt, wenn das hier die Schlucht sein, ist das die Schlucht? Ey, das finde ich doch nie. Wir machen Hauptquest. Wir machen Hauptquest. Falsche Flagge. Es geht los. Wir steigen ins Raumschiff. Und müssen dann mal rausgehen. Nachbrenner eingeschaltet. Aber richtig so. Aber, aber... Also, es ist immer noch... Ich bin immer noch am Nachbrennen, ehrlich gesagt. Hallo, Tiesel! Und, ähm... Yoshi. Ey, dankeschön auch für deinen Follow. Willkommen. Ich kannte mal einen Yoshi. War ein Arbeitskollege von mir. Der war in da. Der hat die besten Umbrats gebacken. Damals, als ich noch als Koch zugange war. Im Tandoori-Ofen. Boah, war das lecker. So, die versuchen wir mal normal zu überwältigen hier. Also, da machen wir wieder unseren Trick, ne? Hi! Scheiße! Das hat jetzt nicht funktioniert, aber ist egal. Die Taschen sind voll. Der Tresor ist gelootet. Wir wurden erwischt. Wollte eigentlich noch mal so einen Spezialangriff machen, aber... Ja, hat nicht geklappt. Ja, hat nicht geklappt. Was ist definitiv? Oderos.